Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Emmitaler AOC, der Käse vom König. Bravo! Applaus 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 . . . . . . . . . 1, 2, 3, 4. Das war gut. Bravo, Martin. Wir haben den Führungsgericht. In diesem Einballblut machen wir es. Danke für ihn. Wollen wir ihn vielleicht noch von der Seite? Matthias Sembach, ganz herzliche Gratulation im Namen vom Schlussgangfilmer für den Sieg hier im Rindlhausen. Jetzt hast du ein ganz tolles Notenblatt, fast wie ein Eidgenössischer, also vier Eidgenossen und zwei Teilverbandskranzer. Am Anfang sah es aus, dass der Sembach Matthias marschierte. Und dann kam im vierten Gang der Rückfall. Wie hast du die anderen Gänge für dich selbst erlebt? Am Morgen konnte ich relativ schnell gewinnen, zum Glück. Das war der Kolo Fredi, so ein Lokalmatador. Genau, sicher eine junge Nachwuchshoffnung, eine gute Schwingung, eine super Postur. Und dann gegen das Weisse-Rafale habe ich schon lange nicht mehr geschwungen. Da konnte ich zum Glück schnell gewinnen. Und den hatte ich noch. Der Burghalter hatte im zweiten Gang, ein alter Fuchs. Ein alter Fuchs, genau. Er konnte zum Glück zum Glück gewinnen. Er war sicher auch ein wichtiger Gang. Und dann sicher im fünften wichtiger Gang, wo ich sicher auch wieder etwas Mühe hatte, gegen Orly Carmon. Und dann sicher auch ein Talent, wo ich hoffe, dass er sich noch entwickeln konnte. Und dann im letzten Gang auch noch der Klub-Up-Beat. Da hast du nicht lange gemacht. Ja, gegen ihn habe ich auch schon zwei, drei Mal geschwungen. Und ich wusste, dass er auch gut ist im Konter. Ich habe auch schon verschiedene Schwinger, von Band-Swingers und ein Stich genommen. Und ja, ich habe nichts dem Zufall verlahnt. Ich habe versucht, entscheidend schnell zu machen.